Was war das für ein Geräusch? Alter! Scheiße! Da drüben ist wer. Wer das war? Jemand! Wow! Wow! Mann hab ich's drauf. Wohin muss ich da rein? Aber... Aber das war nicht der, der da geschrien hat. Ist ja noch mal ein anderer. Diese Geräusche sind so Psycho, Mann! Ich hab's gar nicht richtig gesehen. Wo ist es hin? Ich hab keine Ahnung. Sag mal, macht das Zeug das so? Ist da wer drin? Ist da wer drin? Oh, fuck! Oh, fuck! Wo muss ich denn? Ich hab echt Angst gerade. Warte! Warte, ich muss... Ja, okay. Stahl ist weg. Ich kann sie so aufheben. Äh, aufheben. Wow! Wow! Äh, ah! Wie gemein! Was für kleine... Scheißechen! Mensch! Mensch, 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 Mensch! Okay. Erstmal geradeaus. Die Tür... ist ja gruselig. Energie... Knoten. Wehe, das ist es nicht wert. Oh! Also das schonmal? Das schonmal? Was haben wir hier? Medipack Mittel? Was haben wir hier? Schema... Für was? Okay, wir droppen das mal. Benutzen. Okay, Schema. Repuckling. Schau mal hier. Medipack Mittel. Was haben wir hier denn alles? Was ist das da hinten? Strahlmuni. Okay, komm mal das da auch noch her. Okay. Schema... Ich weiß nicht. Moment, wir können vielleicht... vielleicht... hat mir gesagt... ... 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 Vielleicht geht das auch gar nicht. Hätte sich jetzt das nicht wirklich gelohnt hier. Hm. Okay, kein Platz mehr. Scheiße, würde ich sagen. Ich könnte einfach mal noch ein kleines Feedback nehmen. Ich war ja eh noch nicht ganz voll. Dann nehmen wir mal lieber noch das Schema mit. Ist wahrscheinlich besser. Okay, auf. Da drüben war ich schon. Wow. Haha, geil. Hehehe, ich hab mir die rausgeholt. Okay, jetzt kann ich aber hier nochmal rein, hoffe ich. Und kann... War das drüben nicht Plasma? Hier, Plasma. Los. Plasmaenergie. Hat zumindest ein bisschen was. Okay, dann geht's jetzt weiter. Ich weiß nicht, ich hab jetzt irgendwie rumgetrödelt. Das tut mir auch sehr leid. Nein, eigentlich nicht. Wow, da! Oh, scheiße. Der war das. Ist denn noch mehr sowas? Ekelig. So schnell hier durch. Scheiße, ey. Ist echt eklig. Boah, man zieht da auch so voll... ...des... ...ding ins, ne? Wow, hier fällt noch ein... ...ding ins mit. Wow. Okay, scheiße. Hier brauch ich meine... ...Strahlenkanäle. Na komm, das machen wir auch noch da mit. Okay. Hat der wenigstens was gedroppt? Dropped like it's hot. ...Strahlmonie. Droppen die eigentlich immer das, mit was ich sie getötet hatte? Okay, warum hat der eigentlich schon seine... ...seine Legs... ...verloren gehabt? Das würde mich kaum wundern. Oder interessieren vielmehr. Okay, wir speichern. Okay. Wir müssen wieder vor... ...oben anfangen. Wie viel haben wir schon? Ein bisschen muss ich noch, damit ich... ...meine... ...vier Parts habe für die Woche. Wow. Äh. Wow. Nee. Lebt keiner mehr? Lass mal nachladen. Wohin muss ich denn... ...wohin muss ich denn? Da kann ich gar nicht hier was machen. Ich denke, da kommt noch mehr. Credits. Da wäre... ...wenn ich schon mal ein Knoten ist. Mal gucken. Hier stimmt, wie ist so viel Platz. Credits, Credits. Äh, da war noch ein Dritter. ... Fuck! Du Arschgesicht! Du Beschissenes! Oh. Scheiße, die darf ich... ...die dürfen sich nicht... ...weißt das? ...kommen! Und die Kleinen raus. Scheiße. Scheiße, ja. Scheiße. Ähm, war es das? Scheiße, nein. Genau aus dem Grund... Ich kenne die Dinger. Okay, Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ich die fertig kriege. Ohne, dass ich die zum Platzen kriege. Bitte. Leben die noch? Boah, ich hoffe, da kommt nichts mehr raus. Halbleiter Gold. Ja, das habe ich auch verdient, ey, nach den Strapazen. Was ist das hier? Medipack-Mittel. Ja, äh, ich habe jetzt einige Medipacks verbraucht. Ist auch gut, dass ich jetzt hier sowas bekomme. Wann muss ich denn? Ich muss da hin. Da. Knoten, oder? Knoten, ja. So, ein Shop und eine Werkbank, bitte. Was haben wir hier? Oh, Moment. Noch ein Knoten? Nein, schade. Oh Gott. Äh, ich muss hier ja noch gar nicht hin. Deshalb gehe ich hier erstmal runter. Ja. Okay, und jetzt gucke ich mal auf die Karte. Auf die Karte. Größer machen. Ah, ja. Okay, da ist der Speichelpunkt. Und da muss ich hin. Aber jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich gehe nochmal zurück hier. Und speichere hier ab. Hier ist auch nicht wirklich irgendwo... Sondern hier... Nein, wir haben leider irgendwo einen Shop. Das finde ich sehr schade. Puh, also ich würde sagen, diese Runde war ich wieder mal glänzend. Best, best. Ja, überspeichern. Und ich habe jetzt nochmal tatsächlich fast 22 Minuten geschafft. Also, ihr Lieben, beim nächsten Mal geht's wieder weiter mit Dead Space. Toter Raum. Äh, tschüdelü. Tschüdelü. Dem, dem, tschüdelü, 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 dem, tschüdelü. Vielen Dank.